Moin Leute, da bin ich wieder. Heute wollte ich meinen kleinen Speedtest machen, nachts um 3.22 Uhr. Am Meter ist übrigens Vodafone. Umbegrenz Internet habe ich. Ich habe den XL Unlimited. Und da wollte ich euch mal zeigen, was ich für eine Geschwindigkeit ich zu Hause nachts immer habe. Also über Mobilfunk. Hier haben wir jetzt sehr starke 35,5 in Download. Und im Upload haben wir hier 16,9. Jetzt mache ich hier noch einen Speedtest. Wo ich eben in mein Bettchen warte. Ich glaube ich 46 Mbitz. Bei mir im Schlafzimmer. Jetzt bin ich gerade hier bei mir im Büro. Jetzt habe ich hier sehr starke 35 Mbitz. Wahrscheinlich wird er sich bei den 35 Mbitz wahrscheinlich einpendeln. Im Upload hat er 15,5. Das ist das Handy XZ1 übrigens aus dem Jahre 2017. 5G habe ich hier noch nicht. Wahrscheinlich ist das Internet über 5G wahrscheinlich schneller. Ihr seht es doch vor allem auch hier oben, dass ich hier nur 4G habe. also ein sehr gut Empfang. Da wo ich wohne, ist es auf jeden Fall dendlich. Also eine ländliche Gegend. Und für die ländliche Gegend ist das Internet auf jeden Fall sehr in Ordnung. Über Telekom, über die Deutsche Telekom hat man dann wahrscheinlich auf jeden Fall mehr Empfang. und hier sieht man wieder hier 35 Mbitz, 35,7 und im Upload haben wir hier 16,9. Ich denke mal, der wird sich bei 35 einpendeln. Das ist übrigens der Speedtest von Google. Man kann auch den Okla nehmen. Also ich nehme mal den, mal den. Also wir werden den von Okla oder den von Google. Und hier sehen wir auf jeden Fall wieder der App-Panel sich 34,6 und im Upload 15,8 also 16,1 im Upload. Machen wir noch einen Speedtest. Vielleicht hatte er gestern eine 40. Also eben bei mir im Schlafzimmer hatte ich 45 Mbitz. Ja gut, das schwankt immer. Das ist natürlich halt der Mobifunker. Aber es ist halt normal. Aber hier sehen wir sehr starke 33 Mbitz im Upload 16,6. Nein, ich wollte noch mal einen Speedtest machen. hier sehen wir wieder sehr starke 34 ja 32 ja der wird sich da wahrscheinlich einpendeln. aber es sind auf jeden Fall sehr gute Werte wenn ich in der Stadt bin habe ich wahrscheinlich auch also habe ich auf jeden Fall auch mehr. Das ist jetzt nachts am Tag habe ich tatsächlich noch weniger. Da habe ich ja so an die 10 Mbitz 10 bis 15 und nachts hat man einfach besseres Internet mit Vodafone weil dann der Mobifunkmast wahrscheinlich dann auch nicht richtig ausgelastet ist aber es sind auf jeden Fall Werte wo ich sagen kann womit man arbeiten kann sag ich mal zum Film gucken reicht es auf jeden Fall dreimal YouTube und sowas Netflix oder was oder wie auch immer oder Sky gucken oder einen Film gucken also die Geschwindigkeit ist dann auf jeden Fall auch in Ordnung und ihr seht es sind nicht immer 100 Mbitz auf dem auf dem Land mit der Telekom wird man wahrscheinlich hier mehr erreichen aber mit Vodafone habe ich hier nur diese Werte der pendelt sich ein zwischen 34 und 33 Mbitz da pendelt er sich auf jeden Fall ein nachts um 3 Uhr 26 wenn alle anderen Leute noch am schlafen sind oder schon am schlafen sind mache ich hier ein Speedtest auch nicht schlecht genau das genau und im Download hat er 34 2 und im Upload Link hat er 15,9 genau das war es dann wieder von mir und da würde ich mal sagen wir haben uns auf jeden Fall die Tage und ihr seht auf jeden Fall die Internetgeschwindigkeit er pendelt sich da ein wahrscheinlich er wird sich da ein pendeln er pendelt sich da ein 34, 35 ist aber auf jeden Fall schon ganz in Ordnung genau das war es dann wieder von mir und dann würde ich mal sagen wir hören und stören mal die Tage und dann würde ich mal sagen macht's gut das war es dann wieder gut und dann